Guten Morgen! Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Mein Name ist Christoph und heute geht es um Felgen für einen Jeep Wrangler. Den Wrangler habt ihr im letzten Video schon mal gesehen, da haben wir den gerade umgerüstet. Und heute kriegt er neue Felgen. Aktuell sind, ich glaube, 17 Zöller drauf mit Offroad-Reifen. Und wir vergrößern das Ganze etwas, wir gehen auf 9x20er Felgen mit 35er Reifen. Das zeige ich euch jetzt mal. Keine Sorge, das sind sie nicht. Das sind alte Challenger-Felgen. Und zwar haben wir diese Felgen gekauft bei La Shanti in Süddeutschland. Dazu muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar kennen wir La Shanti schon länger. Weil viele unserer Kunden da Felgen kaufen. Aber das ist halt nichts Standardmäßiges, sondern der hat halt nur so mega heftig geile ausgefallene Klamotten. Und dann haben wir gedacht, gut, dann schauen wir doch auch mal, ob da für uns nicht was bei ist. Und nachdem wir die Felgen, die auf diesem F-150 Shelby Truck sind, die ihr auch schon gesehen habt, die sind auch von La Shanti. Da hat er uns ganz viel unterstützt, weil das Auto ganz außergewöhnlich ist. Da brauchten wir was mit entsprechender Einpräßtiefe und weil da andere Verbreiterungen drankommen und und und. Da hat er uns schon super unterstützt. Und jetzt haben wir für den Wrangler nochmal Felgen gekauft. Ach, ist alles schon ausgepackt. Hier sieht man nur noch die ganzen Kartons. Und zwar waren wir in Süddeutschland bei La Shanti und haben uns völlig überschlagen, was das für ein riesiger Laden ist. Wie viel hammergeile verschiedene Felgen der hat. Jetzt haben wir aber die für unseren Wrangler, die hat er nicht da gehabt. Die waren nicht auf Lager, die haben wir uns jetzt, oder die haben wir uns jetzt zugeschickt. Und die werden jetzt gerade montiert. Das zeige ich euch mal eben. Und zwar, genau, Nummer 20. Da hört man es schon. Da werden sie schon montiert. Aber wir gehen erstmal hier rum. Ich zeige euch die Felgen noch nicht. Das ist die alte Serienfelge. Das ist die Standard Jeep Felge. Und die ist auf 285, 70er, 70, 17er Reifen, also 17 Zoll Felge. Und das ist der eine Reifen. Und das sind die neuen Reifen. Wir nehmen den jetzt einfach mal. Und wenn wir ihn schon nur daneben stellen, sehen wir schon, dass der vom Umfang und von allem schon etwas größer ist. Die, die wir jetzt montieren, sind 35 mal 12,5. Also ist schon eine andere Hausnummer. Da hinten wird schon montiert. Aber die Felge... Wir haben eine schon mal drauf gebaut, provisorisch. Und zwar sieht die aus... So. Das ist die Felge, die wir drauf gebaut haben. Die ist natürlich jetzt erstmal außergewöhnlich. Die ist auch noch nicht fertig, weil wir nämlich... Wo haben wir sie? Hier liegen nämlich die anderen Felgen. Jetzt kommen diese Deckel da drauf. Die kommen, damit die Schrauben abgedeckt sind. Sieht man das hier? Und da kommt im Endeffekt dieser Deckel noch mittig drauf. Wenn wir uns das Ganze vorstellen, sieht das schon ganz schön fett aus, ne? Einziger Unterschied jetzt, weil wir natürlich größere Reifen haben, steht der hier ganz minimal drüber im Moment. Wenn wir da gucken. Aber das kriegen wir sicherlich auch noch in den Griff. Und ich zeige euch gleich nochmal, wenn alle drauf sind und wer da draußen steht. Bisher sind die Felgen hammer genug. Bisher ist das ganz schnell, dieyden auf die Schrauben Wählen. Der ist das Schrauben, die Schrauben auf den Tag, verbrechen ist das Schrauben. Die Schrauben Hier, ich weiß meine Schrauben, die Schrauben So, wir sind fertig, die Felgen sind drauf, Reifen sind aufgezogen, alles ist montiert. Da kommt der Dominik noch, der macht nämlich noch Feintuning, weil ihr seht nämlich, hier steht der Namendeckel richtig rum und hier ist er noch falsch rum, das drehen wir mal eben rum, damit das auch alles vernünftig und einheitlicher aussieht. Also wir finden die Felge Hammer, die Felge sieht unheimlich geil aus, passt super gut zum Auto und mehr kann ich dazu nicht sagen, wie gesagt, es ist eine 9x20 Felge, Einpresstiefe weiß ich gerade gar nicht. Dominik, weißt du die Einpresstiefe von der Felge? Aus dem Kopf auch nicht. Auf jeden Fall ist sie in 9x20 und wenn ihr die Einpresstiefe wissen wollt, könnt ihr mich oder bei Laschet die anrufen, dann kann ich euch die raussuchen. Ja, das ist der Jeep, das ist jetzt die, ich vermute erste Folge des Jeeps mit dem Umbau. Wir haben jetzt im Moment für dieses Auto kein festes, endgültiges Konzept, weil wir das für uns immer so ein bisschen peu à peu machen, wie es gerade so zeitlich passt und was es so an Teilen gibt, weil wir die Jeeps gerne ganz individuell umbauen. Den letzten Jeep, den wir hatten, haben wir auch sehr individuell gemacht. Deswegen, ich vermute mal, es wird noch ein weiteres Video geben, wie wir irgendwas anderes in diesem Jeep umbauen werden. Ich kann es euch jetzt noch nicht genau versprechen, aber ich werde euch auch im Laufenden halten. Jetzt bedanke ich euch, bedanke ich euch, bedanke mich natürlich erstmal fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt gesund und lasst mir ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!